Bayern-Fans – Soeben wurde eine dringende Nachricht veröffentlicht Es wurde soeben bestätigt Der österreichische Mittelfeldspieler war seit der letzten Saison nicht mehr Teil der Bayern-Pläne und hat nun seinen Abschied vom Verein bestätigt Wenn Sie immer auf dem Laufenden bleiben wollen, abonnieren Sie jetzt den Kanal Bayern München präsentierte den Kader am Sonntag in der Allianz Arena, bevor die Mannschaft heute zu ihrer Saisonvorbereitung nach Japan reist Trotz der Vorstellung des Kaders am Sonntag wird erwartet, dass mehrere Spieler die Routen noch vor Ende des Transferfensters verlassen werden Sky Sports berichtet außerdem, dass Bayern 19 Millionen Euro erhalten wird Die Bayern wollten sich für den österreichischen Mittelfeldspieler für mehr als 15 Millionen Euro trennen Marcel Sabitzer ist der jüngste Bayern-Spieler, der die Bayern verlässt Sabitzer reiste am Montag nach Dortmund, um die medizinische Untersuchung zu absolvieren und den Vertrag zu unterschreiben Laut Sky Sports Deutschland und Sport 1 hat sich Borussia Dortmund mit den Bayern auf die Verpflichtung von Sabitzer geeinigt Der österreichische Mittelfeldspieler hat einem Wechsel nach Dortmund zugestimmt, obwohl er zuvor einen Wechsel nach England und Italien favorisiert hatte Der österreichische Mittelfeldspieler war seit der letzten Saison nicht mehr in den Plänen der Bayern vorgesehen Er verließ die Routen im Januar auf Leihbasis, um regelmäßige Spielzeit zu bekommen Der 29-jährige Mittelfeldspieler war bereits an Manchester United ausgeliehen, doch der englische Klub entschied sich, ihn nicht dauerhaft zu verpflichten Bayern-Fans, seid ihr mit dem Abgang von Marcel Sabitzer einverstanden? Ja oder nein? Kommentieren Sie hier